Herzlich willkommen zum SciNew Tutorial. Hier erklären wir dir Schritt für Schritt, wie du dein Produkt mit einem Text individuell gestalten kannst. Klicke zuerst auf den Reiter Text. Gib nun den Text in das Textfeld ein. Längere Texte werden standardmäßig in einer Zeile auf dem Produkt angezeigt. Wenn dein Text mehrzeilig sein soll, musst du manuell Umbrüche in deinen Text einfügen. Benutze dazu die Enter-Taste. Klicke zuerst im Tools-Bereich auf den Papierkorb, um den Text wieder zu löschen. Überlege dir, wie viele Zeilen dein Text auf dem Produkt einnehmen soll und füge die Umbrüche an die gewünschte Stelle ein. Über diesen Button kannst du deinen Text zusätzlich zentrieren oder links und rechts ausrichten. Wähle anschließend aus der Liste eine Schriftart, die dir gefällt. Klicke auf den Button Text erstellen, um dir den Text auf dem Produkt anzeigen zu lassen. Ziehe den Text nun auf die gewünschte Größe. Oder verwende den Tools-Bereich, um einen genauen Wert festzulegen. Und jetzt viel Spaß beim Gestalten deines Produkts. Bitte. fifty kw Adventure